Jo Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch gehts gut wieder. Heute ist mal Thema Max. Jetzt denkt ihr, was für Max, was laberst du? Das ist so ein Mensch halt, mit dem habe ich sehr viel erlebt. Das ist ein korrekter Typ, man. Mit dem habe ich jahrelang Fußball immer hinterm Tor geschaut. Grüße gehen raus an Max. Ja, das ist ein richtig korrekter Typ, man. Richtig dufter Typ. Richtig fett, was wir viel erlebt haben. Fußballtechnisch, hat mich immer gefragt, spielen sie wieder? Also es war echt eine gute Zeit. Ich befinde mich auch gerade zur Menzelkase, das passt auch gerade. Und jetzt habe ich gar keine Lust davor zu laufen, aber in der Menzelkase bin ich jetzt, Optik. Deswegen passt das ja gerade. Ist ja ein Mensch, ein treuer Fan wie ich. Der war Auswärtsspieler, der war Heimspieler. Ist ein richtig dufter Typ. Das ist ein richtig korrekter Typ. Mit dem habe ich viel erlebt. Und da hängt halt sein Gesicht wie er lächelt, ist ein Plakat hinten am Tor. Also ich da, sondern unten, aber es gibt ja zwei Fußballplätze. Ist ein richtig dufter Typ, Mann. Genau, genau. Die scheiß Polen, Alter. Genau. Jetzt gehe ich noch gleich zum Beugenoptik, wenn wir da noch ein Video raushauen. Und ich sage an der Stelle wieder schon reingehauen, Freunde. Peace.